einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde ich habe die box nummer 15 in der hand entsprechend ist heute der 15 dezember wir gucken uns meine detailaufnahme an welches dekor und vor allem auch welches modell vom swim wir heute im adventskalender haben so box nummer 15 kleine box aber ich kann euch sagen schwer naja gucken jawohl 12 zentimeter suspending hier ihr seht schon 53 gramm schwer das ganze ist ein signature color vom lieben dietmar isayas und die farbe heißt genau machen wir das ganze mal auf und wie man es kennt von den dekoren und die mindestens hier im kalender wir haben wieder die grünen flakes den grünen blitzer oben am rücken übermeste logo quasi die seiten sehr unauffällig so möchte ich mal sagen sehr natürlich gehalten weiß und dann wird es in je mehr man zum rücken kommt quasi braun unten am bauch wieder diese typische lachsfarbe wie gesagt das kein rot das ist kein orange ist ein lax ton lauftiefe ein bis drei meter hier steht es mal drauf suspending 53 gramm und ich bin mir eigentlich relativ sicher yes uv aktivität unten am bauch und das verrückte ist selbst die seite die vermeintlich sehr unauffällig aussieht ist uv aktiv ich weiß nicht ob man das gut sehen kann ist sie aber definitiv also von daher ein natürlicher köder der nichtsdestotrotz trotzdem uv aktiv ist an den seiten das kann interessant sein hätte ich jetzt so mit dem bloßen auge überhaupt nicht gedacht ist es aber tatsächlich super interessant gute mischung wie gesagt verrückt wie sich manche stile so durchziehen wie gesagt die anderen dekore von die die hatten das oben auch schon diese grünen flakes finde ich super das gibt kräftig lichtreflexe im wasser sehr schöner köder gefällt mir sehr gut ja ihr lieben das ist das dekor vom lieben dietma isaias heute das dekor heißt alewife ich habe natürlich google mal ein bisschen bemüht weil es mir gar nichts sagte und dann kam raus es bedeutet so was wie mai fisch oder auch seehering ein paar fotos angeguckt das könnte hinkommen ja ich sag mal silberner bauch eigentlich auch silberne flanken und ein bisschen dunkler oben zum rücken abgesetzt ich kann mir gut vorstellen dass das passt wie gesagt lieber die die wenn du das video siehst schreibst gerne auch in die kommentare gibt ein feedback ob du das bei gedacht hast davon abgesehen auch hier wieder ich kann mir gut vorstellen dass der die die auch auf seinen social media accounts ja seine farben vorstellen wird vielleicht erklärt das da aber so viel zumindest erst mal dazu ihr detektiv max hat das herausgefunden hat das daraus interpretiert nichtsdestotrotz super cooles natürliches ein bisschen aufgepepptes design was der die die hier entwickelt hat und warum sollte das nicht funktionieren erinnert mich auch sehr von der farbgebung her ein bisschen an sondern so eine typische brasse wenn man jetzt mal oben den grünen rücken weglässt aber und von der farbgebung her sehr ähnlich also ich denke wer auf natürliche dekore steht ist mit der farbe sehr gut bedient das ganze könnt ihr euch jetzt wie immer natürlich noch gerne in der drehteller aufnahme angucken ich würde sagen wir hören uns morgen denkt dran hier unten gerne mal daumen hoch da lassen schreibt einen kommentaren abonniert den kanal und wir hören uns morgen in dem sinne macht ihr noch eine schöne zeit bis denn tschau tschau und 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 Untertitelung des ZDF, 2020